Im zweiten Beispiel zum Thema Haftreibung geht es um einen Zimmermann, der ein Brett über einen Sägebock drückt. Die Bewegung findet dabei horizontal statt. Das Gewicht des Brettes ist als konstante Streckenlast bekannt und das Gewicht des Sägebocks ist groß G. Der Schwerpunkt ist ebenfalls gegeben. Die Frage ist nun, ob der Sägebock in seiner Lage verbleibt, gleitet oder umkippt. Und zwar dann, wenn das Brett im Abstand 1,4 d auf dem Bock aufliegt. Dazu muss man mal zuerst feststellen, welche Kraft braucht man überhaupt, mit der dieser Mann da anschiebt, damit sich das Brett überhaupt bewegt. Das ist einmal die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Bewegung beginnt, nämlich unter Berücksichtigung dieses Reibkoeffizienten µ da zwischen Oberteil, Sägebock, Auflage und Brett. Dazu schauen wir uns das Brett alleine an im Freikörperbild. Wenn man nur das Brett anschaut, was hat man hier? Naja, wir haben eine Kraft in horizontal Richtung, wie in unserem üblichen XYZ-System, vom Mann auf das Brett und eine Komponente, mit der er das Brett halt in der Höhe hält, das nicht runterrutscht, das waagrecht nach vor geschoben wird. Die interessiert uns zwar an sich als Zahlenwert nicht, aber die muss man natürlich ins Freikörperbild reinzeichnen. Dann gibt es irgendwo eine Gewichtskraft für das Brett, nämlich bei L halbe sinnvollerweise und an der Stelle D liegt es auf, auf dem Bock. Da haben wir also eine Normalkraft einerseits und von der Reibung eine Reibkraft F, nennen wir es einfach F. Das hier ist 1,4 D und die Gewichtskraft ist an der Position L halbe. Das ist eigentlich für das Brett alles, was man braucht. Den Bock haben wir wegnommen, den Mann haben wir auch weggestellt, deswegen die Kräfte. So, wie groß ist die Gewichtskraft? Wir haben die Länge pro, die Kraft pro Länge Q gegeben für das Brett. Vom Sägebock haben wir direkt die Gewichtskraft gegeben, für das Brett ist also Länge mal Q. Das sind 270 Newton. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Normalkraft? Wenn man die Normalkraft wissen will, machen wir einen Moment, das ist sinnvoll, legen den Drehpunkt da in B rein, wo der Mann angreift, dann geht auch diese Reibkraft F mit der Wirkungslinie durch, fällt also genauso weg und man hat nur mehr Gewichtskraft und Normalkraft drinnen und kann die Normalkraft direkt ausrechnen. Also in Kurzschreibweise jetzt vielleicht positiv trifft die Drehrichtung so und um den Punkt P, so kann man die Momentenbilanz auch hinschreiben ganz kurz, liefert dann minus G mal L halbe von der Gewichtskraft und N mal 1,4 D aus der Normalkraft. Und daraus folgt sofort das N. Das ist nämlich G mal L halbe mal 1 durch 1,4 D bzw. als Zahlenwert 173,6 Newton. So. Zu dem Zeitpunkt natürlich. Also wir schauen uns nur den Zeitpunkt an, der da gefordert ist. Alles andere geht nicht wirklich, weil dann ändert sich ja die Normalkraft wieder. Es geht nur darum, was zu dem gezeichneten Zeitpunkt geometrisch gezeichnet passiert. So. Wie schafft man es, dass das Brett am Sägebock gleitet? Naja, das ist jetzt eine Haftreibungsgeschichte bzw. man muss halt einen Grenzfall bestimmen. Man sollte in der Regel ein bisschen vorsichtig sein bei Haftreibung mit Gleichungen und mit Grenzfällen. Besser mit der Ungleichung rechnen normalerweise als mit der Gleichung, weil man ja nicht sagen kann, bewegt es sich oder nicht. Das sage ich jetzt deswegen, weil ich hier sofort den Grenzfall rechne. Das nicht glauben, das machen wir immer so. In dem Fall ist es einfach irgendwie praktischer. Man kann aber nicht von Haus aus immer sagen, ist der Grenzfall. Also, es geht darum, dass diese Kraft horizontal, die der Mann aufbringt, das Px gleich irgendein Fmax, habe ich es genannt, sein muss. Fmax bezieht sich darauf, das ist die maximale Kraft, die wirken kann, bevor das Ding zu rutschen beginnt. Die maximale Haltekraft sozusagen. Die ist natürlich Haftreibkoeffizient mal Normalkraft dann. Beziehungsweise das Px, so könnte man es sauberer hinschreiben, muss größer gleich µ mal n sein, dass man das gleiten eintritt. Oder kleiner gleich µ mal n, dass man den Haftfall hat. So würde man es sauberer rechnen. Das heißt, unser Px, wenn man das so ausrechnet, n kennen wir ja jetzt und µ ist gegeben mit 0,5, ist 86,8 Newton. Das muss man mindestens aufbringen, damit es ein gleiten des Brettes gibt. Und mit der Erkenntnis kann man jetzt den Sägebock freimachen und kann sich überlegen, was ist bei gleiten, was ist bei kippen. Also, gleiten des Bockes schauen wir uns einmal an. Am Boden, wo man natürlich einen anderen Haftreibkoeffizienten hat als oben. Und das ist irgendwie so übertrieben her. Wir haben da die Normalkraft n, die drauf wirkt. Wir haben die Gewichtskraft des Bockes selbst, das ist so gegeben. Wir haben kombiniert auf alle, wie der immer ausschaut, auf alle Füße, die gesamte Normalkraft entgegenwirkt. Das kann man natürlich so vereinfachen, indem man quasi einfach als Punktmasse annimmt den Bock. Und wir haben hier ein F, weiß ich nicht, nennen wir es FH oder so. Ja, nennen wir es F, habe es da auch F genannt, oben heißt es auch F. Ist wurscht. Ja. Dann muss man natürlich wieder das NG ausrechnen, die Normalkraft zwischen Bock und Boden. Da ist positiv positiv nach oben noch. Also NG minus G minus das N vom Brett von oben muss Null sein. Also ist unser NG G plus N beziehungsweise 249 Newton, wenn man es auf ganze Newton rundet. Und dieses Px für Gleiten, das jetzt mit dem obigen Px, das er tatsächlich aufbringen muss, zu vergleichen ist, das entspricht dann natürlich diesem F Max Strich, das da das Maximale erlaubte ist, solange das Ding haftet. Ja. Und das ist natürlich da unten haben wir µ Strich. Das ist also der Gleitreib-Koeffizient zwischen Boden und Bock, das µ Strich. Und die dort wirkende Normalkraft NG. Und da kommt 75 Newton raus als Grenzwert. Das heißt, was stellt man fest? Damit das Brett überhaupt gleitet oben, braucht er mindestens 86,8 Newton, mit denen er anschiebt. Damit der Bock am Boden gleitet, braucht man mindestens 75 Newton. Das heißt, wenn er gerne hätte, dass das Brett oben rutscht, dann wird der Bock auch rutschen. Also wir haben auf jeden Fall zumindest Gleiten. Jetzt ist nur noch die Frage, passiert Kippen vorher oder nachgleiten? Das müsste man noch abklären. Also stehen tut der Bock auf jeden Fall mal nicht. Der steht auf einer sehr ungünstigen Unterlage, anders gesagt. Also mindestens Gleiten tritt auf. Jetzt schauen wir, was passiert. Was ist eigentlich Kippen? Kippen, sowas ähnliches haben wir schon mal gehabt bei diesem Bagger, bei dem Kran, der die Last hochgehoben hat. Da muss man ja wieder eine Annahme treffen, wann der Bock kippt. Zeichnen wir mal her. Da ist das B breit. Das heißt, hier haben wir eine B halbe. Naja, wann kippt er? Wenn an den Hinterbeinen keine Normalkraft mehr wirkt, dann fangen die Hinterbeine vom Boden abzuheben an. Das heißt, die Normalkraft wirkt nur mehr vorne, rechts. Dann kippt er. Da haben wir nach wie vor die Gewichtskraft im Schwerpunkt. Wir haben nach wie vor die Normalkraft vom Brett. Und wir haben jetzt hier ein Px, mit dem der Mann anschiebt. Und die Höhe ist H. Das heißt, wir können wieder Gleichgewicht machen und schauen, wann kippt es. Bei welchem Px beginnt das System zu kippen. Momentengleichgewicht um den Punkt B. Der Punkt B ist hier, wo das NG angreift. Da haben wir einerseits positiv N mal P halbe vom Brett von der Normalkraft. Minus Px mal H plus G mal P halbe. Das Ganze muss Null sein wiederum. Daraus ergibt sich ein Px. Ich nenne es PxK für Kippen, weil das ist schon die Voraussetzung dafür, dass man das Freikörperbild so überhaupt zeichnen darf. Sollte man auch hier machen. Umgeformt liefert das N plus G mal P halbe durch H. Also ist Px für Kippen, das erforderliche anschiebende P für das Kippen, 82,8 N. So. Das ist allerdings größer als das erforderliche Px für das Gleiten. Daher wird er nicht kippen, sondern gleiten. Das ist der Überlegungsweg bei dem Beispiel. Das ist der Überlegungsweg. Das ist der Überlegungsweg. Das ist der Überlegungsweg. Das ist der Überlegungsweg.